Schauen wir uns noch mal um. Darin war das Fell eingewickelt. Nehmen wir das Fell und bauen uns eine Falle. Was haben wir denn hier sonst noch? Irgendein Busch. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin ein Kind der Stadt. Ich könnte mich dahinter verstecken, aber nicht ohne Grund. Ach, schön. Wir haben Löwenzahn. Solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, er fängt nicht an zu sprechen, wenn ich ihn berühre. Keine Sorge. Ich werde für immer der einzige sprechende Stab in eurem Leben bleiben, Charizat. Juhu. Das ist so genial. Der Typ ist so genial. So. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Okay. Dann werden wir die Holzschette mit dem Fell kombinieren. Das wird niemals gehen. Soll Rachwan es wieder zusammenbinden. Es ist nicht meine Aufgabe, sein Bett zu richten. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Das Fell einer Korams-Bestie. Rachwan benutzt es zum Schlafen. Mir gab er nichts. Wenn eine Frau allein von Blumen leben könnte. Ich hätte mehr als genug zu essen. So. Die Frage ist, wie stellen wir jetzt da die Falle auf? Ich weiß doch, wie das funktioniert. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich darf mein Ziel nicht... So, dann nimmst du den Löwenzahn und musst dir jetzt das Loch anschauen. Vermutlich. Ein Tier hat sich einen Teil der alten Ruinen angeeignet. Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut mit Worten, Charizat. Ich lüge nur, wenn ich muss. Ja, das wird sehr überregend. Erst muss ich es herauslocken. Den Löwenzahn. Dann das Ding drüber. Erst muss ich es herauslocken. Okay, dann bin ich mal weg. Es hat angebissen. Ein süßer kann nicht gehen. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Ich mach das lieber anders. Falscher Stein. Flacher Stein. Ach so. Er ist zu schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Haha, dann legen wir doch den Löwenzahn hierher. Da sind noch genug von diesen Blumen. Okay, dann... Die Scheide sind zu stumpf, um sie in den Boden zu treiben. Ach Mann, Pyro, du bist doch mal weiter. Dann nehmen wir mal die Holzpflöcke. Ich habe sie angespitzt. So, dann nehmen wir mal die Holzpflöcke. Alles der Reihe nach. Knarrrf. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Okay, ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ne, halt. Das Fell am Boden. Genau. Die Holzpflöcke rein. Genau. Dann den Stock nehmen. Pupp. Und dann das Seil dran. Pupp. Juhu. Pipisch mit Seilende. Ja, perfekt. Damente. So. Und jetzt haben wir... Können wir den flachen Stein benutzen. Und... Müssen wir noch einen Löwenzahn holen. Dumm, 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 dumm. Und jetzt... Auf das Loch. Ne. So, und jetzt kippisch mit Seilende. Na komm. Komm weiter heraus. Schau mal, ich bin schon weg. Ja. Komm näher. Gleich habe ich dich. Und jetzt richtet den Braten. Seil. Ziehen. Nein. Ach Gott. Grrrr. Aha. So. Vorne. Ich hoffe, jetzt habe ich das Nikofi nicht endgültig verschreckt. Das muss ich nicht mehr. Warum nicht? So, jetzt verstecke ich mal im Gebüsch. Vielleicht kommt der ja wieder. Haha. Und schnapp. Taha. Das hat am Braten gerochen. Aber wir können die Falle ja nochmal auslösen. Ich probiere gerne rum. Ich dachte eigentlich, es hätte geklappt. Aber wenn wir jetzt hier die Silberschale oben drauf tun. Ich sehe keinen Zusammenhang. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Mann. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich sehe keinen Zusammenhang. Können wir das Zeug Alkohol trinken? Das bringt mich. Okay. Können wir mit einem Verband irgendwas machen? Das führt doch zu Näh. Ich sehe keinen Zusammenhang. Okay. Okay, Butzi. Das führt... Okay, dann geh doch nochmal zum Gebüsch. Und versuch's nochmal. Jetzt ist der Knickli wieder drin. Und hepp. Jetzt kommt er wieder raus. Ich könnte mich dahinter verstecken. Aber nicht ohne Grund. Irgendwas brauche ich doch noch. Feuerstelle? Wie mache ich jetzt Feuer? Ach Gott. Was haben wir denn hier? Blumenwiese haben wir noch. Grrrr. Ich will nicht auf sein Angebot eingehen. Das ist mir zuwider. Können wir den da nehmen? Der Stab ist zu lang, um den Stock zu ersetzen. Nieder. Hier wäre genug Platz für ein... Ausgelöste Falle. So. Erst müsste ich die Pflöcke wieder entfernen. Das Fell ist nun voller Löcher. Den letzten Pflok bekomme ich nicht heraus. Zeig mir deinen Dolch. Jetzt will er auch noch meinen Dolch. Doch löchertes Fell. Ähm... Der Weg, der Wilk... Das bringt mich nicht weiter. Der letzte Pflok... Der Dolch reicht nicht, um das Fell am Boden zu befestigen. Ja, aber ich will den... Ich hebe mir meine Kraft für den Krieg auf. Okay, also wir müssen jetzt die Holz... Also, die Holzpflöcke da rein. Ins Fell. So. Können wir die Schale da unten reintun? Mir fehlt die Vision. Besser nicht. Nein, das ist es nicht. Ähm... Moment mal. Das muss doch... Das muss doch einfach gehen. Das bringt mich nicht weiter. Der Weg, der Willkür, ist nicht mein Weg. So, das Vieh kommt dann da unten raus. Können wir... Ähm... Lieber nicht. Okay. Das war sowieso bloß ein Gedanke. Das wäre grausam. Was denn? Sie wirkt nur auf Menschen. Bis ich nicht weiß, was die Maske tut, lasse ich sie in Ruhe. Stimmt, da hast du ja recht. Wir müssen nur irgendwas hier haben. Grrrr. Wir haben nur Rachwan, die Feuerstelle. Das geht nur bei magischen Artefakten. Hm. Das ist wohl nicht magisch genug. Haha. Ich kann mich doch nicht selbst einschläfern. Schade. Hm. Was ist... Ich fürchte, mein Zauber wirkt nur auf magische Fackeln und die Wächter. So. Was... Also, wir brauchen das Seil. Woran soll ich es... Hm. Pflöcken? Wenn ich das Seil um die Pflöcke spanne, bringt mir das nicht viel. Aber vielleicht lässt es sich irgendwie anders anbringen. Tja. So, Anstock. So. Ich habe bereits eine Hand voll. Können wir den drunter legen? Lieber nicht. Das bringt mich nicht weiter. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich sehe kein... Moment. Befestigtes Fell. Seil. Fell. Pflöcke. Seil. Löwenzahn. Gebüsch. Äh. Nee. Ach, wir können noch die anhöhen. Wir können noch mal rauf gehen irgendwo. Ach so. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich bin hier noch nicht fertig. Jetzt kommt das Vieh raus. Jetzt kommt das Vieh raus. Müssen wir jetzt die Schale da oben auf die ausgelöste Falle draufhauen? Ich habe keine Ahnung, wie sie sich das vorstellt. Mir fehlt die Vision. So. Das führt doch zu nichts. Also wir haben... Das führt doch... Ah, Gottchen. Also, sie kann die Falle jetzt wieder aktivieren. Befestigtes Fell. Ich sehe kein... Löwenzahn. Davon brauche ich kein Stück. Der Dolch reicht nicht, um das Fell am Boden zu befestigen. Aha. Mensch. Ich darf mein Ziel nicht... Besser nichts. Besser nicht. Okay, also der Kanickel ist unten drin. Genau, da jetzt nascht er. Blubb und weg ist er. Wir müssen irgendwie die Blumenwiese verstellen. Die Schale auf die Blumenwiese. Das führt doch zu... Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Niedere Arbeiten sind ohnehin nicht so meine Sache. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Ich mache das lieber anders. Ja, flacher Stein. Können wir irgendwas mitmachen? Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Als Äquivalent-Falle. Er ist zu schwer. Aber warum sollte ich ihn... Kannst du das Messer wenigstens schleifen? Ich hebe mir meine... Kannst du... Nein, das ist es nicht. Okay. Ach, Mann. Er ist zu... Aber warum? Ich komme hier... Ich komme hier gerade aus dem Boden weiter. Ich komme hier gerade aus dem Boden weiter.